Musik Am Sonntag, dem 10. Jänner, wurden im WM-Park Planei die Special Olympics Pre-Games 2016 feierlich eröffnet. Mehr als 1.000 Sportler mit mentaler Beeinträchtigung aus 21 Nationen, rund 6.000 Besucher sowie viele hohe Vertreter aus Politik und Sport waren zu dieser emotionalen und unterhaltsamen Eröffnungsfeier gekommen. Es reicht mir zur Ehre und Freude, Sie alle auch im Namen des Organisationskomitees, der Spiele und für die Special Olympics Österreich ebenfalls auf das Herzlichste zu begrüßen und Ihnen für Ihr Kommen sehr herzlich zu bedanken. Mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten, Tanzanlagen und Ansprachen war die rund zweistündige Show ein würdiger Startschuss für die vier Tage andauernden Wettbewerbe, welche als Generalprobe für die Special Olympics Weltwinterspiele 2017 gelten. Egal wie weit auf der Welt es wär, noch kein Gemüden spannen, uns kippt auf den Rücken und schwör'n, wir können fliegen, die Monster unter meinem Bett, ich kann sie alle besiegen, mit dir, mit dir. Egal wie weit auf der Welt ist, noch kein Gemüden spannen, uns kippt auf den Rücken, mit dir.